Display Capture. Yo, da bist du! Come on guys, get on cam. Komm auf die Cam mit mir. Jetzt habe ich dir den ersten Schritt getan, jetzt könnt ihr mit mir auf die Cam. Was ich, oder was? Wenn Sagara in die Cam geht, gehe ich auch in die Cam. Yeah, we'll make some pizza today. We'll go get these ingredients today. We got yeast, we got flour, we got salt, we got flour, but we need tomato sauce, pepperoni and cheese then, okay? Okay, sounds good. Hi people on the stream, what's up? So, also, Webcam justieren, ne, justieren, in deutsch. Also irgendwie sieht das total warm aus, was du da anhast. Ja, weil die Klimaanlage ist an jetzt momentan. Ich hätte auch gerne eine, kann ich mir die mal rüberschicken? So. Kann ich mal auf. Weil bei mir sind's Außentemperatur 34 Grad. Und ich hab Dach geschossen. Unglaublich! Talk ist in Webcam. Ding, ding, tick. Na ihr, ihr Gauner. Komm auf die Webcam mit mir, los! Was? Flirten mit dir? Ich hab gesagt, komm auf die Webcam. Ich bin doch vor der Webcam. Oder malst du jetzt den, den Sagara? Ich seh euch nicht. Ich seh euch nicht, ihr seid nicht auf dem Bild. Na klar! Du, du dürfst ja auch nicht in Skype gucken, du musst auf meiner, äh, auf meinem Livestream gucken. Ich guck auf den Stream. Livestream, da bin ich, guck das hier. Ich seh dich nicht. There you are! Der lacht da. Mach einfach mal ne rote Pfeile zu deiner Camille. Damit man nicht sieht. Wollt ihr mich verarschen oder was? Ich bin doch hier ganz groß zu sehen. Und die schöne Trickbait-Pfeile. Oh man, ihr macht mich schwach. Sagara, join mal rein in die Videokonferenz. Komm an! Bin ich doch. Nee, du bist nur mit Ton. Na ja. Wir versuchen den Sagara auf dem Webcam zu bekommen, damit wir ihn auch sehen können. Also, als ich gesagt habe, liebe Streamer, los, zeig euch, zeig euch. Mich siehst du ja. Also jetzt, äh, hab ich extra für dich angemacht jetzt hier. Danke, danke dir. Ja. Auch wenn du mich in Skype nicht siehst, aber es läuft ja auf dem Stream. Come on, Jacob. Genau, Jakob. Du gauner. Du musst mir noch was trinken holen. Oh mein Gott, du stellst dich dermaßen an. Ohne Scheiß. Jetzt. Die sechs Liter trinken, die ich gestern gekauft habe, sind alle. Ach, warst du gestern einkaufen? Ja, hast es geschafft. Ich bin um neun Uhr auch nochmal weggegangen, einkaufen. So, ich weiß, rauchen ist nicht gestattet auf Cam, also mach ich es halt so, dass ich mal kurz weg bin. Nee, nee, du bist ruhig mit rauchen, äh, musst du nicht weggehen jetzt, deswegen. Kannst auch hier rauchen. Ich kann eine hier qualmen. Genau, musst nicht weg. Alles gut. Schwie, schwie. Komm, Jakob, Gerv, Gerv, meine Güte, sei nicht so. Oh. Ich hab keine Klimaanlage, bei mir ist es heiß. Ah, du stellst dich dermaßen an. Meine Klimaanlage hat jetzt meine Wohnung auf 18 Grad runtergekühlt, nicht richtig? Da würde ich immer noch in kurzem so ein T-Shirt sitzen. Ja gut, wie gesagt, ich bin erst vor einer halben Stunde wach geworden und ich muss noch, weiß du nicht, sie aufwärmen und dann geht's wieder. Und ein Amazon-Paket ist reingekommen. Na toll. Ja, ja. Und schmeckt's? Natürlich schmeckt es. Mmm. So, Salvio, you finally see us on cam at least the two out of the three. So, as said, here we go. I got him on cam for you. You're welcome. You're most welcome buddy. Anything for his viewers. Er bedankt sich, weil du auf Cam bist und er freut sich auch total. Ja, das ist doch toll. Ähm, darf ich das auch bei YouTube hochladen? Hast du da was dagegen oder ist das okay? Ah, ich hab absolut nichts dagegen. Also, ich bin da vollkommen offen. Mhm, okay. Ne, ich frag lieber nach. Nicht, dass es dann heißt, äh, kannst du mich ja mal fragen können oder so. Ne, 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 ne. Also, nicht wie andere Leute. Leute, es ist so, ich hab absolut nichts dagegen. Ich wohne im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Also, wer weiß, vielleicht werde ich berühmt in Deutschland wieder und komme wieder zurück. Das wär's doch. Ich bin auch im Land der unbegrenzten Möglichkeiten wohnen. Naja, ich hab halt das Glück, dass ich hier geboren bin. Mhm. Ich bin leider hier geboren. Leider. In so einem komischen Land, wo man bei der Münchenprüfung gefragt bekommt, seit wann es das Grundgesetz gibt. Ach. Und wo ich mich frage, wofür muss man das wissen? Ich find's wichtiger zu wissen, was drin ist im Grundgesetz. Und nicht seit wann es das gibt. Tja. Ihr müsst mich unbedingt aufsuchen kommen. Tut mir leid, wenn es das Grundgesetz gibt, steht, äh, ich weiß leider überhaupt nicht, was da drin steht. Aber es gibt das seit 914. Würde auch gut ankommen. Wow, Moment, mein Telefon klingelt gleich wieder da. Ok, ok, bis gleich. So, ok, Jakob, jetzt komm du mal rein. Mach mal ein Webcam an. Nein. Warum denn nicht? Du hast jetzt Zeit, äh, lang genug gehabt, um trinken zu holen. Ich hab ja hier zu Hause nichts mehr. Wie, du hast nichts mehr? Ja, so ein Leitungswasserhahn. Hab ich ja auch schon ein Liter weggetrunken. Hab ich auch schon alles weggetrunken. Die ganze Wasserversorgung leergetrunken. Oh man, Jakob, Jakob. Äh, heute habe ich nur noch vier Steam Keys zu vergeben. Also deswegen kann sein, dass ich mich nicht um das Giveaway kümmere heute. Jetzt kommt sie wieder. Achtung. Jetzt bist du ruhig, wenn ich mich belästere. Ja. So, jetzt. Alles klar, das war nur ein Scammer gewesen. Was? Ne, ne, Lars ist gut so. Alles gut. Ja. Weil, ähm, ich hab ja Munition dahinten. Ihr seht ja die zwei weißen Eimer dahinten. Da ist Munition drin für die Kinder ihre Gewehre. Ach du Scheiße. In Deutschland würden, glaube ich, die ein oder andere Behörden meckern darüber. Ja, sie können mich im Arsch lecken. Ja, wie man so sagt, blow me. Hei, hei, hei. Blow me heist, blas mir ein. Oha. Okay, gut. Jetzt im Nachhinein. Soll ich vorbeikommen? Ach jeden. So, komm auf Stream, Jakob. So schlimm ist es auch nicht. Genau, Jakob, auf jetzt. Hopp. Stell dich nicht so an. Ich hab die Webcam ja auch an. Das ist ja ein Grund mehr, jetzt auch noch zuzuschalten. Dann haben wir einen Dreier. Bei Twitch. Bei Twitch. Bei Teewitch. Das ist immer das für unbekenntliche Möglichkeiten. Ja, ihr seid mehr als willkommen. Also im neuen Haus geb ich so oder so ein Party. Und da seid ihr herzlich eingetragen, wenn ihr vorben wollt. Bitteschön. Ihr könnt bei mir bleiben. Das wird auch so gefällt, dann muss ich ja wieder zurück. Hm, musst du nicht unbedingt. Wir verkraulen dich irgendwie an der Ami-Tussi und dann bleibst du halt. Oh wei. Ravenstar. Ja. Ja und dann so viel Geld, dass ich halt einfach zu Hause bleiben kann und streamen kann. Pretty much. Kann man den so hinkriegen. Weißt du was? Ich mach mal den Greenscreen, äh Screen. Und dann Streaming noch ein paar Tausend verdienen im Monat. Moment, ich kann mal kurz den Greenscreen runter machen. Wenn's sein muss. Wenn's sein muss. Aber das Wichtigste ist glaube ich, dass wir für Torque eine finden. Das ist ganz einfach. Da holst du dir ein grünes Tu und hängst es an die Decke. Ja. Und wenn du's ein bisschen bügeln tust, glatt bügeln tust, dann funktioniert das wunderbar. Okay. Ich meine eine Frau für Torque. Ja, ich weiß. Eine Frau für Torque. Ja, ja, ja. I got a couple of friends. Also wenn du nichts dagegen hast, dass die Militär sind, dann können wir das hinkriegen. Militärfrauen? Ja. Ich hab meine 20 Jahre Dienstzeit fast hinter mir. Die musst du so viel reinbringen, dass Torque auf mir von zu Hause bleiben kann. Weil mit arbeiten wird's bei ihm nicht. Na ja, gut. Die ist halt genau denselben Rang wie ich, Major. Ach, du hast schon eine in Aussicht, oder wie? Ja. Die verkuppelt mich unter, was davon weiß. Wow. Sie hat ab und zu mal bei dem Stream vorbeigeschaut. Bei mir? Im Stream? Ja. Jetzt bin ich aber wirklich platt. Und ich sprich wahrscheinlich jetzt schon die ganze Zeit immer über ihn. Ach, ich sag nix dazu. Das geht zwischen den beiden. Ich weiß ja nicht immer. Ich weiß ja nicht immer, wer das ist oder wie die heißt. Erzähl mal, hau mal raus. Wirst du schon, wirst du schon noch herauskriegen. Also ich mach mal den Green Screen Warner, weil das Ding treibt mich zum Wahnsinn. Ja, ich merke das. Unglaublich. Unbelievable. Komm ein, zwei Jahre später, dann bist du auch da drüben. Ja, 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 ja. Du genießt dein Leben am Pool mit Streaming. Ich weiß gar nicht, was mir hier blüht. So jetzt, Sagara, auf jetzt. Komm. Hier mal rein. Wo soll ich reingehen? Bei uns. Nee, hier geh ich ganz bestimmt nicht rein. Oh, guck mal, wie sie das macht. Hört ihr uns eigentlich, wenn das Kopfhörer weg ist? Hörst du uns auch ohne Kopfhörer? Ähm, da müsste ich halt die Lautsprecher hören. Nee, 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 nee. Wir haben nämlich eben gerade ein bisschen philosophiert. Wegen? Na, wegen der Frau, die mich mag, die ich nicht kenne. Irgendwas hat er Jakob da gemeint. Eine heimliche Verehrerin. Ich glaube, wenn DeadfinTalk das weiß, müsste man ihm zu seinem Glück verhelfen. Richtig. Ja, das kriegen wir schon hin. Ich habe nur den Greenscreen kurz runter gemacht, dass es halt nicht so mit der Sonne blendet dann jetzt. Ich versuche das irgendwie da hinzukriegen. Ich muss das Ding bügeln, fällt mir gerade auf. Gucken wir mal, das war so eine richtig große, fette Villa. Und dann landen ziehen. Und dann machen wir dann so eine Streaming-Villa raus. Hell, ja. Oh, Mann. Du hast die Idee. Da liegt eine High-End-Technik drin zum Streamen. Ja, gut. Mein Mann, der baut sich selber Türme und Computer an. Mhm. So, ich schiebe das mal für Salvia, dass er wenigstens versteht. Ja. Okay, Salvia, what we were talking about was, in the meanwhile, my husband actually builds computers and there is actually a lady that came on stream and watches Torque once in a while. So, she is actually one of his secret admirers. And now we were going to the point where, you know, we've got to make enough money, this and that, but she's in the same rank as I am. So, the cool part about this is, if we actually buy ourselves a really huge house, we'll put high-end computers in there. And basically, it's going to be like this. We can just stream and make our money that way after Ivory Tiger. Genau, so wollte ich das auch sagen. Ich hätte vielleicht die einen oder anderen Wörter ausgetauscht. Ah, was hättest du auch nicht ausgetauscht? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Jakob, jetzt komm hier rein. Auf, komm. Ja, so, if you want to come from India, man, I'm just saying, you know, I'm moving into my new house soon. So, I'm going to be having a party as it is. So, if you want to hit the swimming pool or the hot tub, you're more than welcome to drop by. No hotel. And I'll even take care of the food. Cool. There we go. Much better. Much better. So, yeah. Well, I will save some pizza for you. That's, that most definitely. We ain't buying that store bought shit. We are making our own pizza at that point. Hell yeah. Hell yeah. Hell yeah. Wow. Das heißt, auf jeden. Auf jeden. Ja, und dann gibt's die Getränke auf mich, aber dann gibt's nicht das scheiß Ami-Bier, da gibt's Jack Daniels. Hell yeah. Licher Bier. Ah, du willst Co... Scheiß auf die Cola. Wer braucht Cola? Am Anfang, später merkt man sowieso die Coca-Cola drin, ist doch nicht. Wir machen halt ein paar Treppchen Cola für ein bisschen Geschmack. So, what happened, Salvio, in this conversation? We're talking about the drinks. I told him, we're not gonna drink the crappy American beer. We're gonna drink Jack Daniels. And Jacob's like, yeah, what about Coke, man? You know, Coca-Cola. Also Cola brauchen wir auf jeden Fall hier für einen Talk. Ja. Original Taste, genau. Steht da ja drauf. Coca-Cola in to the Jack Daniels drink, just to flavor it up. You know, we'll spike his drink. Oink oink oink. And the after party, we go shooting. Yeah. Oh, my God. We're just gonna be insane then. Oh mein Gott, wir sind verrückt. Das ist, was ich an diesem Punkt mag, weil man so viel Spaß mit ihnen hat. Man kann wirklich Spaß mit den Deutschen haben. Ich könnte eigentlich mal versuchen, dass ich eine Waffenbesitzkarte erwerbe. Du musst jetzt erstmal versuchen, deine Webcam anzuschalten. Die war doch schon an. Ja, natürlich. Mach das scheiß Ding an. Der hat vielleicht gar keinen. Ich sitze hier sogar noch in meinem WTF-Blanket. Was, WTF-Blanket? Ja, weil es hat, meine Decke hat auch diese Dinger hier, wie du siehst. Ach, das ist eine Decke mit Ärmeln. Ja, und das heißt bei uns WTF-Blanket. Ein Spitznamen. Alles Klärchen. Also komm, ja, komm, mach das Ding an, bitte. Wir betteln hier die ganze Zeit rum. Und das... Mann, Mann. Guck mal, da wächst sogar ein Baum in der Zeit. Das war der Mückentanz. Da gibt's auch schon ein Clip dazu. Ja, gibt's schon ein Clip dazu, genau. Wie ich gemacht habe. Hast du den gemacht? Ja. Okay, da stand er nicht dabei. Was ist das? Da hat als Überschrift stand, äh, Tork und die Mücken, glaube ich. Kann das sein? Ja. Ja, dann warst du das. Oh mein Gott, Raven, du bist schwer. Oh wei. Ein Hund. Das ist... Das ist Raven. Einer von sechs Katzen. Nee. Sechs Katzen hast du. Sieht aus wie ein Panther von der Größe her. Ja, der ist, ähm, Savannah und, ähm, eine Bombay-Mischung. Also sieht er aus wie ein Miniatur-Panther. Ja, Salvio, this is actually one of six cats that I do have. He is actually, ähm, big cat, ähm, mixture of a Savannah and Bombay. Mit wem redest du jetzt gerade? Also ich hab Salvio gerade erklärt, wer Raven ist. Ja, okay. Hi, Raven. Nicola, can you bring me Deadpool real quick? Ja, ich hab ne Katze, der heißt Deadpool. Deadpool? Ja, Deadpool. Oh man. Ja, Salvio, I do have a cat, der ist. I got Deadpool, Domino, Raven, Mystique, Angel, and Shadowstorm. Sagara, ich bin, äh, kurz davor, äh, den Stream zu beenden, weil wir haben schon über eine Stunde. Und wir wollen dich noch mal kurz vorher sehen. Also bitte, schalt mal die Cam ein. No, they're not all X-Men Characters. One's actually from the G.I. Joe series, that's actually Storm Shadow. And then you've got Raven from the Team Titans, you've got Mystique from the X-Men, Angel, Deadpool are all Marvel Comics. So, yeah, it's a mix of Marvel, G.I. Joe and DC Comics. Aber ich muss bei ihm loszischen. Nein, brauchst du nicht loszuzischen. Bringst du mir was zu trinken vorbei? Ja, natürlich, ich schick's dir. Achso, du willst nur was zu trinken holen? Ja, das sei dir noch erlaubt. Ja, hol dir was zu trinken, mach hin. Ja. Ey, ich muss zum Geschäft. Oh, nee. Das wird heute nix mehr mit dem, Melissa. Merkst du's? Wir können machen, was wir wollen. I have... Talk, when you... Nee, when are you getting a cat? Ich weiß noch nicht mal, ob ich hier eine Katze halten darf. Auf Englisch, bitte? He doesn't know if he can even have a cat in his apartment or if it's even allowed by the landlord. Sehr gut übersetzt. Genau so wollte ich es auch sagen. Und er sagt halt, wir brauchen mehr Tiere im Stream. Achso. Oh Mensch, sag mal meine Tochter Bescheid, die soll mir Deadpool bringen. Genau, mach das mal. Ich werd mal loszischen. Jo, bis später. Aber ich glaub nicht, dass ich da noch streamen werde. Jetzt hast du mich endlich gehört. Also, sie bringt Deadpool. Okay. Jakob ist jetzt weg, ne? Jakob hat sich verabschiedet. Ach, natürlich hat er sich verabschiedet. Sagara, was soll der Scheiß? Ja, ich habe den grünen Screen auf. Weil ich werde testen, wie es auf meinem eigenen Stream sieht. Also, wenn du willst, kannst du mir später mit meinem Stream helfen. Würdest du das machen, Leviathan? Du willst selber streamen? Auf Teewitsch? Ja, kann ich machen. Also, hier kommt Deadpool. Oh, jetzt bin ich gespannt. Das ist Deadpool. Ach, wie süß. Nicht schlecht. Ja, mein Baby. Na, das ist eigentlich meine Tochter ihre Katze. Könige. Und wir haben noch zwei Kätzchen dazubekommen, die wir gerettet haben. Und die heißen Sekhmet und Pandora. Pandora? Wie der Planet von Avatar. Ah, Sekhmet ist eigentlich eine ägyptische Göttin. Ne, ich meine Pandora. Ah ja, Pandora, ja. Da ist irgendwas in Avatar in dem Film. Leviathan? Ah. So, hier. Wir müssen aufhören. Zu streamen. Und wenn du nachher, oder jetzt gleich, streamen willst, dann bin ich auf jeden Fall dabei und hostet dich auch. Ja, können wir machen. Also, wie gesagt, ich muss erst mal alles aufstellen. Und, heißt, die Grafik und sowas einstellen. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Also, das Haus ist sauber und alles. Ja. Hey, den Buh. Der kommt hier rein. Und wir spielen jetzt. Aber, wie gesagt, wir können noch ein bisschen auf Skype chatten mit dem Podcast. Können wir machen. Also, ich lasse die Cam an und dann brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Aber, Salvio, just a heads up. Um, ich werde starten zu streamen soon, also. So, if you see me hosted by Torx, so, just drop by any time. I'm getting my stream channel set up. And, um, we're probably going to be playing games like Hellblade, Call of Duty, um, um, different kind, you know, different kinds of shooter games. So, if you want to drop by, just go ahead. I will let you know when I will be online then. Dat extreme nice. Yes, I'll do that definitely. Definitely. Also, definitiv, definitiv. Definitely. Okay, schön. Ja, dann, ähm, würde ich sagen, legen wir jetzt auf. Ah, ich stelle dich dann gleich auf Discord. So, anyways, to the English speakers and to the streamers, it was nice seeing you guys. So, I hope you have a wonderful day, evening, wherever in the world you are. You guys take care and I will see you next time on Torx Stream. You take care. Super. Wenn du allerdings meine 14 Zuschauer zugeschoben bekommen willst per Raid, müsste ich jetzt noch ein bisschen online bleiben, bis du das alles eingerichtet hast und so weiter. Aber das kann ein bisschen dauern, oder? Ja, das kann auch ein bisschen dauern, deswegen habe ich gesagt, bleib auf Discord mit mir und, ähm, mach ein Walkthrough mit mir, dass ich wenigstens weiß, wie man den Stream aufstellt. Also, ich rede mit dir gleich im Discord, das ist mit dem, okay? Okay, so machen wir es, alles klar. Okay, see you guys, see you here. Vielen Dank, dass du dich gezeigt hast. Mach's gut, ciao. Ciao. So, meine lieben Freunde, und, äh, Metal Max und wie alle anderen heißen, das war ein schöner Stream, besonders weil Melissa da war und, äh, Sagara. Leider hat sich Sagara nicht gezeigt, beim nächsten Mal. Ich verspreche's. Ja. You too, later, guys. Ja. Macht's gut, und, äh, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn's wieder heißt, der Tork spielt ein Computerspiel. Ciao. Na? Na? Na, na, na.